Wir haben umfangreiche Mittel für unsere Strategie gegen Ebola bereitgestellt mit vier Zielen. Erstens, den Ausbruch einzudämmen. Zweitens, die Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und die Gemeinwesen einzudämmen, um eine massive humanitäre Katastrophe zu verhindern. Drittens, Koordinierung einer weltweiten Reaktion. Und viertens, dringender Aufbau eines öffentlichen Gesundheitswesens in diesen Ländern für die Zukunft. Nicht nur in Westafrika, sondern in Ländern, die nicht die genügenden Ressourcen haben, um das selber zu tun. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Aber es gibt auch Hoffnung. Die Welt weiß, wie diese Krankheit zu bekämpfen ist. Das ist kein Geheimnis. Wir haben wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir wissen, wie wir die Ausbreitung verhindern können, wie wir die behandeln können, die sich angesteckt haben. Wir wissen, dass wenn wir die richtigen Schritte ergreifen, dass wir dann Leben retten können. Aber wir müssen schnell handeln. Auf Bitten der Regierung Liberias werden wir eine militärische Leitzentrale in Liberia einrichten, zur Unterstützung der zivilen Anstrengungen in der ganzen Region, ähnlich unserer Reaktionen nach dem Erdbeben in Haiti. Wir werden eine Luftbrücke einrichten, um Helfer und medizinische Güter schneller nach Westafrika zu bringen. Wir werden Sammelpunkte im Senegal einrichten, damit Personal und Hilfsgüter schneller und besser verbreitet und verteilt werden können. Wir werden eine neue Ausbildungsstätte einrichten, um Tausende von Pflegern und Krankenschwestern auszubilden, damit sie wirksam sich um mehr Patienten kümmern können. Mitarbeiter des US-Gesundheitswesens werden verlegt in die neuen Feldhospitäle, die wir einrichten in Liberia. Die US-Entwicklungshilfe wird mit anderen internationalen Partnern und örtlichen Gemeinwesen die Hilfe zur Selbsthilfe fördern, um Medikamente und Aufklärungsmaterial an Hunderttausende von Familien zu verteilen, damit sie sich besser selber schützen können. In einem Bericht am Wochenende lasen wir von einer Familie in Liberia, die Krankheit hatte den Vater bereits getötet, die Mutter wiegte einen kranken und apathischen fünfjährigen Sohn in ihrem Schoß. Ihr zehnjähriger Sohn lag ebenfalls im Sterben. Sie erreichten schließlich ein Behandlungszentrum, schafften es aber nicht rein und sagten einem Verwandten, wir sitzen hier einfach nur. Diese Männer, Frauen und Kinder sitzen da einfach und warten auf den Tod. Genau jetzt. Und das muss so nicht sein. Die Realität ist, dass diese Epidemie immer schlimmer wird im Moment, aber genau jetzt ist der Moment, an dem die Welt noch eine Chance hat, zahllose Leben zu retten. Genau jetzt muss die Welt und hat die Welt die Verantwortung, mehr zu tun und zu handeln.